Schienenverkehr ist eines der ökologischsten Fortbewegungs- und Transportmittel. Dadurch wird sich das Verkehrsaufkommen für die Bahnbetreiber in den nächsten Jahren erheblich steigern, wodurch die verbauten Komponenten, wie zum Beispiel Weichen, auch deutlich höheren Belastungen ausgesetzt sein werden. Dazu ergeben die enger werdenden Fahrpläne weniger fahrtenfreie Zeitfenster, in denen Wartungen möglich sind. Vielbefahrene Weichen werden mehrmals pro Monat visuell inspiziert. Österreichweit sind das 13.000, in Europa mehr als 300.000 Stück, also ein extrem hoher Arbeitsaufwand. Deshalb haben wir ein 24-7-Überwachungssystem mit aussagekräftiger Schadensvorhersage entwickelt. Wir konnten mit Hilfe eines digitalen Zwillings die neuralgischen Punkte einer Weiche identifizieren, daraus dann die optimalen Sensorpositionen ableiten und in weiterer Folge ein Monitoring-Konzept entwickeln, mit dem der Zustand der Weiche bestimmt werden kann. Dadurch ist eine kontinuierliche Fahrwegsüberwachung erstmals möglich. Zusätzlich hat sich gezeigt, dass unser System auch Lokomotivtypen, welche zu erhöhtem Radverschleiß neigen, in Echtzeit detektieren kann. Und damit ist es möglich, dem Betreiber rechtzeitig eine Wartung des Rollmaterials vorzuschlagen. Somit haben wir den Grundstein für die Digitalisierung der Weicheninstandhaltung gelegt, wodurch sich einerseits die Effizienz und Sicherheit des Bahnnetzes erhöhen und andererseits völlig neue Geschäftsmodelle für Komponentenhersteller und Bahnbetreiber entstehen.